Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Survival. Lass mal kurz schauen, wo wir das letzte Mal waren. Achja, wir waren dabei, dass sich die Welt hier mal aufbaut. Genau, wir waren dabei hier den Pferdestall ein bisschen zu verschönern. Exakt, exakt. Hallo Pferdchen. Hier müssen wir irgendwann mal ein Tor reinpacken, damit wir hier auch reinkommen. Irgendwie finde ich gerade diesen Sound hier ein bisschen störend. Naja gut, vielleicht können wir da noch was basteln. Moment mal. Nee. Oder? Nee. Ich war gerade mal überlegen, ob wir hier irgendwie einen Tunnel bauen können, damit die nach draußen können. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Jawohl. Gummig auch. Ja. Ja. Was haben wir heute vor? Heute haben wir vor... Nimm, 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 nimm. Wir gehen glaube ich einfach mal durch den Nether. Erstmal bringen wir die ganzen Kram hier weg. Dann machen wir ein paar Werkzeuge, dann gehen wir durch den Nether auf die andere Seite und werden dort in eine Höhle verschwinden. Hier packen wir erstmal das ganze Akazienholz rein. Dann haben wir hier noch ganz viele Treppen. Noch mehr Akazienholz. Zwei Jahre habe ich gar keine mehr. Naja gut. Äh, so. M, 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 M. Hier haben wir noch Treppen. Sollten wir Holz mitnehmen. Wir nehmen Stack Akazienholz mit. Den Stack vom Eisen nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir noch mit die Wortfindungsstörung. Das können wir hier lassen. Das lassen wir hier. Ah, da unten haben wir noch Schlips. Haben wir hier noch Zeixes. Achso. Werkzeuge. Schwert brauchen wir nicht. Ein paar Spitzhacken. Nehmen wir mal drei Stück mit. Können wir ja zur Not unterwegs immer noch welche machen. Eine Achse nehmen wir auch mit. Erde. Boah. Nö. Boah. Haben wir denn noch an Kohle hier. So. Das sollte auch lang. Wir werden ja sowieso noch Kohle holen. Wenn wir erstmal hier das Feld kurz abernten für Brot. Dann nehmen wir noch ein bisschen Brot mit. Braut. Braut für die Welt. Braut was uns gefällt. Denn das Braut das muss hier lang. Na, 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 na. Oh, jetzt habe ich das Wasser abgebaut. Die Seerose. Du sollst da bleiben. So. Dann nehmen wir das mal zum neuen Anpflanzen. Pflanz, Pflanz, Pflanz. Pflanz den Franz. Pflanz. Okay. Okay. Okay, so viel bleibt da ja gar nicht über. Ist weniger als ich gedacht habe. So, da packen wir hier mal rein. Hier. Ach, wir haben ja noch die Erde hier drin. Nehmen wir hier mal raus. Kartoffeln. Okay. Experiment. Seerose verbreitert sich. Hier ist scheinbar viel geschlagen. Schade. Wer denn nehmen wir mit? Zumindest ein bisschen. Haben wir hier noch irgendwo? Was machen denn die Möhrchen da drin? Wer hat die Möhrchen da hingetan? Gucken wir mal hier rein. So. Jo. Da haben wir auch nichts mehr. Haben wir hier noch in den Öfen irgendwo was zu essen? Ribbit. Hähnchen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir noch Brot. Dann haben wir auch genug zu essen dabei. Ich wollte mal schauen... Jetzt geht die Sonne unter, wa? Jo. Ähm. Ich werde gleich mal kurz schauen, wie weit der Berg nach da hinten noch geht. Irgendwie... Ob wir das hier noch abtragen, so dass wir den... komplett sehen. Nö, eigentlich nicht. Jetzt hätte ich ein bisschen reingebaut aussehen. Ne, das ist gut so. So, Sonne. Dann gehen wir ein bisschen schneller unter. Was sagen denn überhaupt unsere Pilze? Die gedeihen hier. Die gedeihen auch. Und die hier drüben. Jo. Boah. Müsste man vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Ist ein bisschen duster hier. Eins, zwei. Dann kommen hier noch zwei Stände hin. Da ein Stand, da ein Stand. Ja. Ach so. Deswegen ist das so duster. Hier füllt die Fackel. So ist gut. Oh. Dann gehen wir mal kurz schlafen. Da fällt immer gerade ein, ich wollte noch was ändern. Und zwar wollte ich eigentlich das hier oben und... Ne, nur oben. so einen reinmachen, wie das hier ist. Aber dafür müsste ich dann... was von hier oben irgendwie machen. Hm. Naja. Nicht jetzt! Wir haben hier erstmal genug gebaut. Müssen wir auch zwischendurch mal was anderes machen. Die Kürbisse können wir später abbauen. Aber ich wollte mal eben hier oben gucken. Kommen wir überhaupt hier hoch? Nö. Kommen wir nicht. Müssen wir kurz da auch gehen. Lalalalalala. Schapapapapitipidei. So. Hier haben wir immer noch keine Tür drin. Ich weiß noch nicht, wie ich hier oben weiterbauen möchte. Es fällt mir einfach nix ein. Genau. Gut. Wir gehen erstmal hier hoch. Hoch, hoch. Achso. Okay. So weit geht das gar nicht hier nach hinten. Stimmt. Irgendwann kommt ja hier diese Lücke. In der Türke. Hmm. Tüp 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 tüp. Könnten wir eigentlich... Gucken wie weit geht das hier. Ist das auch nur so ein Überhang, hier? Genau. Hm, 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 hm. Joa. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier bauen. Beziehungsweise B-Bauen. da gibt es hier und da noch möglichkeiten aber gut wir wollen hier durch den nether auf die andere seite da habe ich auch noch keine treppe hoch gebaut oder ich mich recht erinnere hier hier gibt es noch nichts dann gehen wir erst mal hier runter aber das gefällt mir so langsam ich bin nur überlegen ob man hier noch irgendwie was dran denn macht da fehlen doch die stufen hier deswegen sieht er doch so gemerkwürdig aus habe ich jetzt nicht dabei machen wir später wie machen wir das hier weiter ich war schon am überlegen wie der typisch drehwerk wird das hier nicht umbauen zu so einem tor was hier hoch führt jetzt nicht über die türme das könnte man naja gegebenenfalls sogar zu machen dass man nur noch hier so einen durchgang hat rechts und links das hier zu machen wo man denn hochgehen könnte ich plan schon wieder riesenburgen ich bin ich so ein burgenbau fetisch ist nicht abartig eklisch achso nein ich muss noch mal zurück sonst vergesse ich das wieder das habe ich jetzt schon weiß ich nicht seit 40 folgen machen wollen deswegen werde ich da jetzt noch mal kurz zurück wandern so wo ist das holz nee das holz ist da unten ach deswegen habe ich das nicht gemacht weil wir keine dunklen zahntore äh zäune mehr das sagt jetzt natürlich na gut also doch die große wanderung richtung ne da ja also der beschluss ist gefasst hier wird auf jeden fall ein dorf hinkommen und dann mal schauen wie wir das bauen beziehungsweise b bauen ich hatte ja die idee dass man gegebenenfalls sogar hier ähm Gäste einlädt die hier auch ein paar häuser bauen na mal schauen mal schauen wie wir das machen ach da fällt mir ja gerade ein wenn wir jetzt durch den nether gehen kann das natürlich sein dass uns die schweine nicht mehr lieb haben und dass ich gar nicht den weg zu den anderen portal finde was machst du denn hier also da rennt er hier rein und macht einen auf dicke Hose glaubst du warum ist hier keine Fackel warum sind hier keine Fackeln Schweinchen seid ihr noch sauer auf mich seid ihr noch sauer auf mich mal gucken la 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 ich nehm das hier mal weg ässe noch mal was und dann schauen wir mal was passiert was was nicht hauen ich bin lieb ich tue euch nichts wirklich das war ein Versehen das war alles ein Versehen und hm scheint nichts zu tun na gut irgendwie liegt hier voll viel Quarz rum mehr als ich in Erinnerung hab hm wir bauen uns wir bauen uns eine Quarz Burg und nennen sie Stadt Quarz Burg oder so da muss ich erstmal überlegen wie kamen wir denn so hier machen wir nochmal eine Fackel hin ach ja genau wir müssen waren hier die ganzen Löcher mit den Fackeln wo aber nichts passiert müssen wir hier rum gehen hier runter irgendwie müssen wir das mal verhübschen gut guten Tag ja ich bin hier nur auf Durchreise ich tue euch nichts das war ich außerdem nicht das war ein anderer apropos das war ein anderer achso ja gut die Klamotten sind noch einigermaßen heile lalalala das wird ja auch äh wieder ein Unterfangen hier das alles zu verschönigen wobei ich ja am überlegen bin wo man hier irgendwie Bäume anpflanzt hm dann müsste man das aber irgendwie abriegeln so dass da keine Schweinchen durchballern können weißt du hast mich gerade angegrunzt was bloß ruft du ähm keine Gast alles kaputt ballern das wäre sonst nämlich richtig richtig scheiße ach jetzt habe ich gar kein Bett mitgenommen ach hier steht ja ein Bett ja das ist ja super okidoki ähm wo wollten wir denn hin in eine Höhle wollte ich gucken wo sollen wir mal eine Höhle suchen gehen wir mal da hinten Richtung Berg ja da haben wir Berg da haben wir aber auch Berg wo habe ich denn jetzt hier die ganzen was wir gehen da haben wir hier Dreck brauche ich nicht lalala lalala Sieht schon cool aus hier mit dem Wasser und so hmhm hmhm was haben wir denn da eine Schlucht das sieht hier schon richtig schnieke schieke aus Aber hier haben wir nix weiter. Da haben wir Eisen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach ne Mine. Die wär perfekt. Aber naja. Scheint es hier nicht zu geben. Ach, das sieht schon geil aus. Dip, 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 dip. Ich glaub, hier werd ich auch irgendwann mal bauen. Einfach nur so. Just for fun. Ach, die Sonne geht schon wieder unterschnell in die Höhle. Bevor es zu duster wird. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Höhle. Wir suchen ne Höhle. Hm. Hier ist viel Wasser. Da. Das könnte ne Höhle sein. Eine Höhle soll's geben auf den Klevensteven. Brauchen wir zwar nicht, aber komm. Für irgendwann mal. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, ob wir hier doch nicht irgendwann mal hingehen zum Bauen. Da. Da. Yan decreasing.